Hallihallo meine lieben und herzlich willkommen zurück zu Greedfall. Wir sind jetzt hier bei der zweiten herausforderung der arena und ja ich weiß gar nicht warum wir eigentlich noch kämpfen. Gut, ich habe jetzt keine Zeit für so einen Mist. Bestehe die dritte herausforderung. Einmal noch. Jetzt lerne ich aber schon mal ein paar Pia kennen hier. Oh Gott, ich pein mich schon mal. Oh Gott, ich pein mich schon mal. Ach, sei ruhig. Oh mein Gott. Die machen uns kalt. Oh mein Gott. Vampire. Scheiße. Oh, die Vampire. Oh mein Gott. Oh, die greifen mich an. Ich werde sterben. Ich kann nicht trinken. Hä? Was war das denn? Die, ah, ich bin nicht so. Ich weiß, ich habe gestartet noch. Oh, das war sehr gut von mir. Nein, 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 nein. Ich habe, ah, ich bin falsch ausgewichen. Also ich bin nicht, ich bin nicht ausgewichen, sondern, ah ja gut, aber 33 ist schon zu, ist schon zu hoch für uns. Nein, das geht nicht. So, wir machen nichts. Nein, wir machen jetzt das mit dem Jäger. Ja, ich möchte jetzt mit den Freunden in den Kampf zustimmen kommen. Ja, das habe ich auch jetzt kämpft. Ähm, der ist böse. Wow, ich habe voll eine Breitseite. Das ist richtig, ey. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. dass er gewinnt. Mein! Oh mein Gott! Leck mich! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Freie, Prisoner! I owe you my life on Al-Manawi! Blessed be the winds that have blown you to my side! By what name should I address you? My name is Desardé. In fact it's your cousin the merchant that sent me. Follow me. Let's go and find him. Ach, wir müssen ihn jetzt so zurückbringen? Schade. Ich hätte jetzt gedacht, wir werden jetzt wieder gezwitscht. Boah! Ah, die kämpfe... Mein Gott, was sind das für Viecher? Komische Bückel und Fledermäuse gibt's da und so komische Tiere. Komische lange Werwölfe. Oder so Werwölfe. Ähm... Irgendwas, was aussieht wie ein Bär! Ah! Onol-Manawi! I'm glad to see you again. Oy, Ven! I'm so glad to see you alive! Then you must thank this Onol-Manawi. He fought to save me. Thank you. May the grass always be soft beneath your feet. Don't mention it. I also brought you back your goods. May the trees always bear you fruit. We owe you a lot. You should go see Ulan. The chief of Vignamri, my village. He wants to be friends with the Ranaigse. Since you are a legate, you could talk to him. Also, es gibt mehrere Clans der Eingeborenen. Mhm. Interessant. Oh, wie ist das denn da? Da will einer... Ach, nach der Erpressung, genau. Oh. I'm currently investigating an extortion case involving the guard. Are you one of the merchants who has been threatened? No. Not at all. And I've never heard of this business. Someone must have lied to you. Really? Come on. If you want these guards to be arrested, you need to talk to me. I mean no offense, but you won't be able to do anything. And snitching don't end well. I want to hold onto my business. And my life. How about some new armor, your excellency? Yeah, definitely fun. I was told that someone found a merchant's body. Did you know him? Of course. The town isn't that big. We all know each other here. Poor Renault. We found his body on the street by the port. He was beaten to death. One of his associates half-heartedly took over the shop. Have the culprits been found? No. Listen. Nobody wants to talk about this. We don't want any trouble. It's been months since it happened, and investigation's not gonna bring him back. You are obviously a victim of these bandits. One of your people is dead. Yet you refuse to help me. Why? It's precisely because one of our people is dead. Now. You can either buy something or let me get back to work. Because I am not gonna say one more word about this case. Hmm. The law of silence is at work. Nobody saw anything. Nobody knows anything. Nobody knows anything. Nobody knows anything. Okay. Ah. Auswählen. Oh. Oh. 20. Hm. 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 Ich hab hier 100 für einen verstärkter Eschenholzgriff. Nehmen wir den mal. Den haben wir gar nicht. Aber hier. 2 Farbiger Metallgriff. Den haben wir schon mal. Okay. Und den Knauf. 164. Verzierter länglicher Knauf. So. Das ist ja cool. Wir können den Dolch auch schon verbessern. Oh mein Gott. 189. 189 haben wir doch schon. Hm. Okay. Da haben wir noch nicht so viel für. Ich will jetzt tatsächlich das nehmen. Und das. Genau. Das ist ja mega geil. So. Und dann würde ich jetzt hier noch. Ach. Leider hab ich hier nichts mehr. Schade. Aber das ist ja. Wo man. Ach mein Gott. Jetzt bin ich wieder hin und weg hier. Hin und weg bin ich jetzt hier wieder. Aber ich muss nur die Sachen. Ich darf nur die Sachen wirklich machen, die ich auch anziehe. Das wäre natürlich Vorteil. Kann man das denn jetzt auch wieder weg machen? Ah. Okay. Das ist mega. Da hab ich zwar nur Erz. Aber das ist ja egal. Daraus kann ich ja was machen. Das ist gut. Das ist cool. Das ist echt cool. Metall Dübel. Ja klar. Die brauche ich jetzt aber nicht mehr. Okay. Wir sollen noch mit. Ich muss mal irgendwie auf das Ding ins gucken. Oh. Äh. Einhandwaffen. Natürlich. Ja. Ja. Super. Attribute. Können wir nicht vergeben. Das ist echt schwer. Attribute. Wieso komm. Ey. Ohne Mist. Äh. Jetzt habe ich den natürlich auf 164. Wenn ich da jetzt 164 erwunne. Das Schwert ist natürlich trotzdem besser, ne? So. Ähm. Schuhe. Ich brauche bei Ausdauer was. Da brauche ich einen Punkt. Okay. Ich brauche hier nochmal was. Und zwar hier oben. Das ist das was ich jetzt gerade trage. Das möchte ich jetzt gerne verbessern. Und zwar mit. Oh. Ich habe gar nichts. Habe ich denn hier was für? Ja. 80. 82. 82. 76. 82. So. Die kann ich nicht verbessern, die ich gerade antrage. Die auch nicht. Wie sieht's denn mit verkaufen kaufen aus? Ich verkaufe jetzt mal den hier. So. Ähm. Da habe ich noch nichts. Kracht. Krachtvolle Feder. Silberner Siegelring. Äh. Da muss ich gucken genau. So. Warte mal so. Priesterhandschuhe. Ist ja geil. Aber die brauche ich alle nicht. so. Kaufen. Was hat er denn für. Äh. Hier. Aha. Rote Sonnensoldaten. Was ist das? Das ist das. Alles was ich ihm gerade verkauft habe. Ne. Dann nichts. So. Äh. Jetzt brauche ich die Tarte. Und zwar befrage die Händler von Ceren. Genau. Genau. Ich muss nur die Händler befragen. Da muss ich einmal glaube ich zurück. Ich muss aber was trinken hier. Hier ist noch einer. Irgendwo. Woher soll man denn gerade. Sind deine Bote durch? In. Exzellenz C. Willkommen zurück in meine Modest Shop. Es ist ein enormer Hör für mich, zu einem Service zu einer solchen nobelen Klientel. Was könnte ich für dich machen? Ich mache eine Untersuchung. Wahrscheinlich ein paar Merchants sind von einigen Mitglied der Guard. Really? Das ist... Das ist schrecklich, Ihre Exzellenz. Als Legate, es ist meine Aufgabe für die Sicherheit und Well-Being von den Mitglieden unserer Stadt. So, bitte. Wenn Sie keine Informationen haben. Ich... Ich weiß nichts. Wirklich. Ich habe nur hier nur ein paar Monate. Mein Partner, der in die Shop vor mir war, hatte ein sehr schlechtes Mal. Und Sie glauben, dass das gleiche passiert ist? Das ist das, was hier passiert. Also, ich möchte, auf meine Handeln und machen, was mir erwartet. Wenn Sie denunst, können wir das Endeffekten und diese Menschen für ihre Schuld. Ich kann das nicht nehmen. Es gibt so viele von ihnen. Also, ich kann sie nicht nennen. jetzt haben wir nur noch einen zu fragen. Der ist hier irgendwo. Was? Da! Ich bin selbst. Ich bin schon. Ich bin froh. Ich bin froh. Ich aquariumiere訪ion. Einige Merchants werden von Mitglied der Garten verabschieden. Sind Sie sicher? Das ist wahrscheinlich nur ein schreckliches Wissen. Niemand muss dich verabschieden. Komm jetzt. Ich bin der Legate der Congregation. Wenn die Garten Sie beschädigen, ich könnte dir eine Schutz für Sie. Schädel? Nein. Ich versuche Sie. Ich habe gesagt, ein Merchants hat sich verabschiedet. Really? Ah, ich wusste nicht. Ich wusste nicht. Niemand hat mich über das Wort gesagt. Was war sein Name? Komm schon. Don't take me for a fool. You know very well who I'm talking about. I don't? Really? I don't. So, what sort of wine would you like to pair your food with? You need something strong when eating game? You're obviously terrified. Don't you think it's better to tell me everything? Listen, I've no desire to get into trouble. Please leave me. But if you don't help me, you will never be rid of these guards. I told you. I don't know what you're talking about. I didn't learn much. All these merchants are terrified. I think it will be easier to convince the one who lost his partner to help us. Ja. Aber, ach, wir können nicht wirklich da bei dem was kaufen. Schade. Ich dachte wirklich, so Geschenke können wir... Oh, Geschenke. Ich weiß noch mal Dragon Age Origins. You'll find all you need in our... Welcome! It's such a pleasure to see you again. Have you seen anything to your liking? What might I help you with? I have a plan to stop the culprits, but I'm going to need your help. The next time one of these guards comes to squeeze money out of you, you must ask for more time. The man will threaten you, of course, and he will certainly bring his accomplices. But when they come back in full force to make you pay for your audacity, we will be there to apprehend them. And if your plan fails, I'll end up like Reno. You don't understand. Oh, wir versuchen zu fahren mit Charisma, komm. Oh, wir müssen wirklich in zwei Tagen wiederkommen. Und dann komme zwei Tage später wieder. Ein Tag und 23 Stunden. Oh, wie geil ist das denn bitte? Und wenn ich das nicht tue, ist er tot. Mega. Mega. Oh Gott, ich muss mir das aufschreiben. Ich vergesse das sonst. Ich weiß nicht, ob das da irgendwo angezeigt wird, aber... Ein Tag. 23 Stunden. Händler. Ich weiß ja nicht, ob das irgendwo angezeigt wird, aber wenn nicht, ist es natürlich kackgewalt. Ich weiß nicht, ob ich mir das merken kann. Okay. So, und wir haben hier alles soweit. Karawanananführer. Ich weiß nicht, wer das ist. Und hier gibt es anscheinend zwei davon. So, wir haben hier reisen, trifft dich mit dem Gouverneur der Brücken-Allianzen, fragt nach dem Malikor, trifft dich mit Ula an dem Häuptling der Migamir. Oder reisen, trifft dich mit der Gouverneur von Telemen, fragt nach dem Malikor. Aber wir gehen jetzt aber mal nach... Wir machen das mit Siora. So. Kann ich da jetzt hinreisen? Oder kann ich da auch lang laufen? Ich weiß nicht. Ich guck mal. Wir werden mal sehen. Wir werden sehen. Das sieht auf jeden Fall nach offener Welt aus. Ich bin mir aber nicht Sia. Nie Sia. Wir schauen mal. Ich muss auf jeden Fall hier lang. Da ist noch was. Erkundung. Tier Frade besteht aus mehreren miteinander verbundenen Regionen. Während deiner Erkundung wirst du Lagerplätze entdecken. Dort kannst du dich ausruhen und deine Schnellreise antreten. Wenn du das Ende einer Straße erreichst, dann verwende das Reiseinterface, um dein nächstes Reiseziel auszuwählen. Es gibt auch Karawanen in der Nähe großer Städte, mit denen du schnell von einer Stadt zur nächsten reisen kannst. Also so ein bisschen wie Dragon Age Origin. Möchte ich jetzt behaupten. Oh. Aber ich möchte nicht mit der Karawan. Ich möchte ja laufen. Oh. Oh, das ist ein volles Kuhl-Vieh. Oh. Voll gepackt. Mal gucken. Wie geil. Ja, wir wollen auch zu Fuß gehen. Definitiv. Möchten ja mal was von der Welt angucken hier. Das sieht nämlich mega cool aus. So, Siora haben wir ausgerüstet. Was können wir hier rein? Geh nicht ins hohe Gras. Dann kommen die Pokémon. Die wilden Pokémon. Das ist cool. Oh, sie werden angegriffen. Ich weiß ja nicht, wo sie hier gerade wieder hinzieht, aber sie wird schon wissen, was sie da tut. Ich brauche auch keine... Macht sie das alleine? Sie wird das alleine. Immer diese Banditen, ey. Das ist total cool. Was ist denn da hinten? Okay, da ist nichts so weit, aber wir könnten hier... Das Wasser sieht aus... Oh. Vielleicht ein... Screenshot? Ja. Perfekt. Ich bin jetzt schon begeistert. Ah, da ist aber die Straße schon zu Ende. Okay. Das war's dann, legt sich eigentlich. Das ist natürlich ein bisschen blöd. Aber na gut. Ein Gebiet verlassen. Verwinde, wenn du das Gebiet verlässt, um das Reiseinterface aufzurufen. Auf jede langen Reise wird dir ein Lager umherziehender Händler begegnen. Okay. Cool. Reisen. Äh. Wuuu. Ja, wir wollen hier. Verrad, die roten Wälder gelangen ins Dorf. We- Wettre- Heiss. Wettreiss. Ja, ja. Reisedauer 5 Stunden und 50 Minuten. Oh mein Gott. Was? Mit Zeiten richtig? Wie geil. Wie geil ist das? Okay, da muss ich doch fünf Stunden abziehen, oder nicht, von dem einen da? Oh mein Gott. Also sechs Stunden fast kannst du abziehen schon. Cool. Händelager. Während langer Reisen kannst du bei Lager umherziehende Händler Halt machen. Dort kannst du Gegenstände kaufen, verkaufen, deine Gefährten verwalten oder auf deine Truhen zugreifen. Der Werktisch ermöglicht es dir, deine Ausrüstung zu verbessern und Tränke herzustellen, um in das nächste Gebiet zu gelangen. Folge dem Pfad. Cool. Ich dachte, jetzt sie brennt. Ach, wir haben hier das... Ach, mein Gottchen. Ach, er möchte hier irgendwas von und... Ach, er auch, mein Gott. Was ist denn los mit euch, Jungs? Gut. Ich hatte ein junger Mann für die Guard ein paar Monate vor. Talente, sehr, sehr, sehr undig. Und honorable. Ich habe mich überprüfen, seine Projekte und habe gelernt, dass er in den Barriken in New Serene wurde. Ich würde, dass du ihn mit ihm besuchen kannst, um mir deine Meinung zu geben. Meine Meinung? Auf was? Ever seit unserer departure von Serene, ich habe fast alle Sekunden auf deine Seite. Aber ich habe klare Ständig-Orderen, um die Protektion von Konstantin zu ermöglichen. Und ich weiß nicht, dass er seine Regierungen nicht gut ist. Ich verstehe. Du hast gedacht, dass dieser Rekruten ein persönlicher Regierungen sein könnte? Genau. Und deine Meinung hat das Wicht. Also dann, würde ich mich mit ihm besuchen, um ihn zu treffen? Klar. Akzeptieren und den Rekruten zuvor zu treffen, auf später verschieben. Ich möchte eigentlich zu dem Dorf, ne? Also wenn ich jetzt ganz ehrlich bin. Ähm... Äh, wir... Ja. Ist auch später verschieben. Ach, jetzt... Ich will mit Kurt über seine jüngere Rekruten. Seine jüngere Rekruten. Du kannst in der Reise... Okay, ich muss jetzt eh Schluss machen. Ähm... Ich sag mal, tschüss, bis zum nächsten Mal.